hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal ich bin der alex und heute geht es wie ihr schon sehen könnt um etsy ich hatte ja vor ein paar wochen war das wahrscheinlich schon mein etsy shop das erste mal gezeigt und angekündigt dass es hier ab und zu updates geben wird ein bisschen feedback von mir wie das hier voranschreitet beziehungsweise was ich mache was ich somit dazu lerne auf den ersten blick könnt ihr natürlich auch immer das ganze sehen der shop ist ja unter meinen videos verlinkt wie viel verkäufe und bewertungen ich habe das kann ja jeder einsehen aber was hier so hinter den kulissen abgeht das wollte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten und vor allen dingen heute dann auch mal über meine fehler berichten meine anfänger fehler denn das sei gleich vorausgeschickt ich bin hier kein etsy guru werde euch also nicht erklären wie das hier am besten funktioniert das muss ich selber erst mal herausfinden und ja hab dahingehend schon einige spektakuläre fehler gemacht tatsächlich von daher wenn ich das interessiert könnt ihr gerne das mit angucken und dann vielleicht einfach diese fehler vermeiden für alle anderen die eventuell kein etsy shop haben die können sich einfach darüber amüsieren wie viel geld ich hier schon in den sand gesetzt habe denn auch das werde ich einmal zeigen in den sand gesetzt ist natürlich ein bisschen übertrieben gesagt es soll ja eine investition sein ja was man auf den ersten blick sehen kann also es sind ein paar verkäufe mehr gewonnen aber es sind erst mal immer nur noch sechs bewertungen sind weiterhin zwei die zwei die ich auch schon aus der community mal bekommen hatte also da ist noch nicht so viel passiert aber es ist zumindest in den kommenden wochen schon ein bisschen dazu gekommen ja der shop sieht an sich jetzt erst mal so aus man erkennt vielleicht einen kleinen unterschied zum ersten video die Thumbnails gerade von diesen einzelnen illustrationen habe ich noch mal abgeändert auf einen hellen hintergrund weil viele der grafiken doch auf einem hellen hintergrund besser aussehen oder zumindest auch gut zu erkennen sind und ebenfalls diese bundles hier die habe ich auch noch mal versucht ein bisschen zu vereinfachen zu entschlacken quasi weniger auf das bild rauf zu packen so dass es etwas cleaner aussieht wirklich nur die wichtigsten informationen das ist eine png und svg datei ist es ein download und das war es halt auch schon wir können ja hier mal in dieses piraten bundle reingehen dann sehen wir das auch noch mal in groß ansonsten ist das mehr oder weniger so geblieben vielleicht interessant also ich biete jetzt tatsächlich nur noch png und svg dateien an zum download die anderen was hatte ich noch eps und photoshop und illustrator datei die habe ich rausgenommen nicht weil ich das irgendwie jetzt doch vorenthalten will oder wie auch immer sondern einfach weil ich gemerkt habe dass eigentlich nur png und svg dateien gesucht werden ja also wenn man hier in der in der suche auf etsy mal nach irgendetwas sucht ja was weiß ich katze hund und dann illustration oder wie auch immer wird als suchvorschlag fast immer nur svg und png angezeigt in ganz seltenen fällen mal was anderes von daher waren die anderen dateiformate schlichtweg nicht relevant und man hat eh nur fünf downloadplätze die man hier einfügen kann darüber spreche ich vielleicht später auch noch mal von daher habe ich das einfach gekürzt und eben nur diese zwei reingenommen eine andere bewandtnis hat das jetzt nicht es sind auch einige sachen dazugekommen logischerweise also wir sehen schon hier 35 artikel insgesamt sind es jetzt da sind dann auch diese big bundles dabei wo ich bei manchen themen jetzt zum beispiel hier barbecue habe ich halt ein bundle 1 ein bundle 2 also insgesamt dann 30 illustrationen die gibt es dann sozusagen ein bisschen vergünstigt nochmal als großes bundle und wie man schon sehen kann es gibt jetzt hier immer so ein rabatt auf allen illustrationen der ist tatsächlich permanent also da brauche ich euch jetzt keinen bären aufbinden dass ihr das schnell zuschlagen müsst ansonsten ist er wieder vorbei sondern den gibt es halt permanent einfach weil mir gesagt wurde von vielen unabhängigen quellen dass man am besten immer einen rabatt macht weil es dann eben so aussieht wie okay es ist gerade günstiger ihr kennt das ja eigentlich bin ich davon ja kein großer fan weil logischerweise ist der preis dann schon oben drauf geschlagen aber man macht das wohl so also habe ich das auch ausprobiert und wir werden sehen wie es funktioniert erst mal sind zwei verkäufe dazugekommen nicht so schlecht ja an trotzdem verscherbe ich natürlich die illustrationen hier nicht also ich möchte auch nicht wirklich dahin gehen dass ich jetzt auch wenn die verkäufe nur relativ langsam erstmal reinkommen hier irgendwie mit dem preis runter gehe und die dann nur für einen dollar oder einen euro anbiete weil ja das ist mir dann auch nicht wert dann sage ich lieber nach einem jahr ne hat sich nicht gelohnt wird nicht angenommen und ich verwende die illustrationen selbst also vielleicht könnt ihr hier ja mal sehen also das Alpaka der Pinguin der Frosch das sieht meiner meinung nach schon nicht verkehrt aus ja also die sind jetzt nicht irgendwelche illustrationen 0815 sondern schon ganz vernünftig ja das also erstmal dazu dann gehen wir mal hier in den in den in die shop verwaltung rein damit ihr das vielleicht mal sehen könnt also das sind jetzt die letzten 30 tage da gab es vier bestellungen insgesamt ein spektakulärer umsatz von 27 euro 90 und ziemlich viele aufrufe also wenn man das mal mit anderen shops vergleicht ist das glaube ich schon für die anzahl an bestellungen so muss man vielleicht sagen relativ viele aufrufe und besuche was sicherlich auch damit zusammenhängt dass ich ja den shop hier in den videos präsentiere auch unter jedem video mit verlinkt habe und man hat das auch gesehen vielleicht können wir hier mal eine statistik rein gehen und dann mal einen längeren zeitraum was weiß ich wenn wir jetzt hier die dieses jahr nicht letztes jahr war nicht da habe ich noch nichts dieses jahr dann sehen wir natürlich hier im märz eine ziemlich große kurve nach oben das zeigt er jetzt natürlich leider nicht tageweise an vielleicht können wir das hier nochmal so machen dass wir den märz mit rein nehmen erster märz und dann sieht man hier diesen peak das war vom ersten video ja vom ersten video wo ich den shop präsentiert hat da hatte ich halt direkt 160 ausrufe logischerweise weil alle erstmal drauf geklickt haben und dementsprechend plätschert das jetzt hier eher so untenrum hin aber deswegen ist halt die conversion rate sozusagen doch recht schlecht wird wahrscheinlich auch immer ein bisschen schlechter sein weil der shop ja quasi öffentlich präsentiert wird ja ansonsten vielleicht direkt mal zum spannenden teil was habe ich eingenommen was habe ich ausgenommen also einnahmen seht ihr hier vielleicht können wir ja auch nochmal einfach gesamte zeit wählen und dann hier eben sehen dass es 35 euro 40 sind und dann knall ich euch einfach mal die zahl an den kopf es sind ungefähr knapp 700 dollar die ich bisher in diesen shop investiert habe dollar euro das macht ja mittlerweile fast gar keinen unterschied mehr also das ist ja fast eins zu eins aber ein bisschen weniger euro wären es dann noch das sind ungefähr ich weiß gar nicht habe ich das zusammengerechnet also 105 euro für die für die werbung dann sollte das da stehen wenn wir jetzt einfach mal dieses jahr wählen dann könnt ihr ja hier sehen also 106 105 dollar ungefähr für die werbung dann habe ich 65 dollar ungefähr für externe dienstleistungen ausgegeben das ist also auch noch etwas was ich gemacht habe wo wir gleich noch mal reingucken können für leute auf über fiverr hatte ich die gesucht die mir ein ein vernünftiges listing schreiben für etsy weil da sprechen wir gleich noch drüber habe ich dann doch eher größere fehler gemacht und wollte mir das halt einmal so professionell schreiben lassen das hat sich jetzt rückblickend nicht wirklich gelohnt also die ja also ich habe die listings nicht verwendet die mir geschrieben wurden so muss ich vielleicht sagen aber ich habe trotzdem natürlich etwas gelernt weil ich dann einfach die informationen die die unterschiedlichen personen die ich engagiert hatte unabhängig voneinander quasi mir gleich berichtet haben worauf man vielleicht achten sollte und so weiter das habe ich halt selber übernommen habe das versucht dann selber umzusetzen von daher war es nicht ganz in den sand gesetzt ich habe dann schon was gelernt aber die listings die mir geschrieben wurden die habe ich schlichtweg nicht verwendet also das habe ich wieder verworfen macht das jetzt doch selbst so und abgesehen von diesen 105 dollar werbekosten und 65 dollar für die listings für diese externen dienstleistungen ist der rest natürlich für diese illustrationen drauf gegangen logischerweise die gab es alle vorher noch nicht das heißt sie sind wirklich auch jetzt erst entstanden seitdem es diesen etsy shop gibt da kommen jetzt auch wirklich wöchentlich neue sachen dazu und das kostet logischerweise also da habe ich schon vorher damit gerechnet dass ich hier logischerweise logischerweise wie oft soll ich das sagen erst mal ein bisschen was investieren muss ja und dass es sich dann irgendwann wenn natürlich auch mehr in dem shop zu finden ist hoffentlich auszahlt selbst 35 illustrationen ist natürlich jetzt noch nicht so viel wenn man sich die shops anguckt die wirklich richtig viel verkaufen die haben ja hunderte tausende illustrationen dann mittlerweile da schon drinne von daher wird es sich sicherlich hier noch ein bisschen dauern ja dann schauen wir uns mal an wir nehmen mal irgendeinen alten hier den den panda nehmen wir jetzt einfach mal und gucken uns an was ich gelernt habe in dieser zeit den habe ich nämlich noch nicht überarbeitet ich bin gerade dabei alle listings komplett selber noch mal zu überarbeiten macht das wirklich einzeln das heißt jedes listing wird separat überarbeitet und was ich am anfang gemacht habe also erstmal hatte ich als standardsprache deutsch das habe ich geändert weil der amerikanische markt natürlich deutlich größer ist also der shop an sich ist in deutschland angesiedelt aber es hat jetzt als standardsprache englisch wodurch ich natürlich auch dann diese zielgruppe dort erreiche und hatte dann eine übersetzung in englisch geschrieben jetzt könnte ich quasi die übersetzung in deutsch schreiben extra noch mal ums schöner zu machen es wird automatisch auch übersetzt das nutze ich aktuell also ich lasse hier die deutsche übersetzung quasi einfach komplett leer bei den neuen listings nehmen die hier also komplett raus und lass das erstmal von etsy übersetzen weil ich mir diese arbeit vorerst sparen wollte wenn ich in zukunft noch ein bisschen mehr zeit habe dann übersetzt sich vielleicht auch noch mal in deutsch oder die anderen sprachen manuell damit es einfach schön geschrieben ist aber ich weiß nicht ob sich das wirklich lohnt ja dann ja an den dateien da hat sich eigentlich nichts geändert zum runterladen pipapo und dann kommen wir zu den tags so und da habe ich ich weiß nicht wie das passiert ist aber ich habe festgestellt dass meine etsy werbeanzeigen einfach nicht laufen so zwei monate das heißt über den was wann ich weiß gar nicht wann habe ich gestartet im februar also im februar märz irgendwie liefen die etsy anzeigen quasi gar nicht da waren null relevante keyworder dabei und dann bin ich natürlich auf ursachen suche gegangen habe mir einfach mal ein paar videos angeguckt etsy listing schreiben worauf kann man achten seo optimierung bla 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 und habe dann festgestellt dass alle immer von tags sprechen ja tags 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 und titel die zwei wichtigsten sachen und dann bin ich in meine listings reingegangen und habe festgestellt dass ich einfach in keinem einzigen listing also null ja in keinem einzigen listing auch nur einen einzigen tag gesetzt habe das sah quasi alles genau so aus und ich weiß nicht warum ich das gemacht habe aber ich habe einfach nur gar nicht so diesen text hier an der seite gelesen sondern mehr so hier drin form farbe stil funktion dachte ich so okay ist erstmal nicht wichtig für illustrationen was sollst du da reinschreiben und habe weiter gescrollt und habe einfach keine tags eingetragen und dann ist mir natürlich klar geworden warum ich im prinzip fast gar keinen traffic habe weder organisch noch über die etsy ads und habe dann eben angefangen die reinzuschreiben so jetzt habe ich hier natürlich das das ding geändert gehen wir noch mal kurz zurück weil an dem listing wollte ich euch ja trotzdem noch was zeigen so dann habe ich tags reingeschrieben und habe das erstmal so gemacht dass ich das main keyword genommen habe hier in dem fall panda und habe das einfach mit allem möglichen kombiniert was irgendwie relevanz haben könnte das heißt svg png panda clipart panda vector hier ist sogar panda svg doppelt drin mit cute panda ist naja also das ist wie gesagt noch ein altes listing eps drin und nur panda weil ich erst mal das so von amazon kenne und ähnlich wie bei amazon funktioniert es auch das heißt es gibt so was wie ein close match und broad match sprich wenn jetzt jemand hier oben in der etsy suche irgendwas eingibt zum beispiel panda panda svg dann ist es eben so wenn man panda svg exakt in seinen text und den titeln drin hat dass man dann logischerweise weiter vorne angezeigt wird oder die wahrscheinlichkeit dass man weiter vorne angezeigt wird einfach höher ist während wenn ich jetzt sage was weiß ich panda fanny und oder nur panda fanny art meinetwegen so zum beispiel und ich habe eben nur fanny panda drinnen und art gar nicht dann wäre es sozusagen ein broad match das heißt es wäre halt nicht genau und man würde weniger wahrscheinlich angezeigt werden aber es besteht trotzdem die was die die möglichkeit angezeigt zu werden weil ich eben panda und fanny zum beispiel im tag drin habe also ähnlich schon wie das auch mit amazon werbeanzeigen funktioniert soll es hier wohl auch gehen aber jetzt kommen wir zum großen aber das hier ist so haben mir das viele jedenfalls auch bestätigt einfach quatsch weil man hat nur diese 13 tags und man hat pro tag maximal 20 zeichen die man verwenden kann und schreiben weil einmal sozusagen ausreichend ist ja man sollte das relevanteste das wäre jetzt zum beispiel panda svg sie haben sagen wir mal das wird am allerhäufigsten eingegeben das als exakt mit reinnehmen und dann die anderen sachen wie zum beispiel clipart png vektor und so weiter die man ja trotzdem mit drin haben will mit anderen worten irgendwie zu kombinieren so dass man ein möglichst breit gefächertes arsenal an worten hier drin hat um dann über diese broad matches einfach möglichst viel traffic abzugreifen es geht also gar nicht so sehr darum bei panda alles als exakt treffer zu haben weil das kann man nicht wir kennen es ja auch aus der amazon suche die leute geben ganz verrückte sachen oben in die suche ein und das ist eben nicht immer genau das was man selber denkt dass die leute immer nur panda clipart oder sowas zum beispiel eingeben sondern da sind dann vorne dran hinten dran in der mitte noch irgendwelche anderen zusätze weil die leute halt zum beispiel in speziellen panda haben wollen oder 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 und deswegen ist es wohl sinnvoller wie gesagt ich sag alles nur so wie mir das auch gesagt wurde wie ich das jetzt versuche hier also jedes einzelne wort jedes einzelne keyword wirklich nur einmal reinzunehmen und wir können ja einfach mal ein neues listing gehen wo ich das schon versucht habe so umzusetzen haben wir jetzt zum beispiel diesen frosch und da sieht das dann so aus das heißt ich habe halt frock wirklich nur ein einziges mal drin eine frock svg files dann hiking weil es halt wandernder frosch ist tot also die kröte quasi noch mal mit drin und der rest ist halt eigentlich mehr zusätze download loadable artwork digital image commercial use weil ich sie auch für kommerzielle zwecke freigebe und so weiter und so fort also einfach mal geguckt was gibt es denn alles noch für worte die die leute mit dazu schreiben können zu frog weil selbst wenn jetzt jemand frog instant download zum beispiel eingibt hätte ich halt in dem fall dann ein broad match nach meinem verständnis jedenfalls so also das mit die größte änderung die ich hier gemacht habe was ich jetzt versuche das ist natürlich so dass auf etsy das wohl sehr lange dauert dass das ja einmal im etsy algorithmus so drin ist mehrere tage und dann über tatsächlich mehrere wochen das erst über diese google suchmaschinen optimierung dann quasi entsprechend und relevant auftaucht dass dann auch der der externe traffic den etsy bringt hier mit funktioniert dementsprechend habe ich hier die beschreibung auch noch mal ein bisschen angepasst und dann auch die den titel was ja mit das auch das zweit wichtigste oder parallel zu den tags das wichtigste wohl ist dass ich also hier auch noch mal den entscheidenden das entscheidende keyword als exakt versuch habe mit rein zu bringen dass auf jeden fall frog svg irgendwie mit drin ist und dann aber eben hier auch noch mal andere keywords platziere das heißt selbst die keywords die ich jetzt hier im titel hintereinander geschrieben habe mit komma getrennt sind eben nicht die gleichen wie unten in den etsy text das heißt auch da habe ich noch mal versucht andere zu finden andere kombinationen ein paar worte sind natürlich schon gleich ja aber hier oben ist es dann halt commercial license statt commercial use und das einfach so noch breiter zu fächern und möglichst viel irgendwie abzugreifen das ist jedenfalls aktuell meine strategie und das was ich in den ersten zwei monaten grandioserweise komplett falsch gemacht habe und dann werde ich euch berichten aktuell hier in der statistik sieht man das ja auch ja ist jetzt noch kein riesen anstieg zu sehen also schon minimal wenn man ein bisschen weiter zurück geht über die 30 tage ja geht schon ganz leicht nach oben die rein vom traffic her jetzt einfach von den besuchen aber ich erhoffe mir dass das in den nächsten wochen dann deutlich besser wird und dann eventuell auch wenn jetzt so kleckerweise die verkäufe reinkommen und dann ja hoffentlich auch ein paar mehr bewertungen das wäre natürlich auch schön moment wo haben wir den shop so wollte ich eigentlich noch mal zeigen umso mehr bewertungen das sieht man jetzt auch bei anderen shops die ähnlich angefangen haben also zeitlich gesehen dass sobald die bewertungen bekommen gibt das einen enormen boost ja also das ist dann nimmt dann wirklich richtig fahrt auf und da erhoffe ich mir natürlich einen ähnlichen effekt wenn das dann irgendwie losgeht das war es erstmal dazu es sollen natürlich auch noch andere dinge hier folgen das heißt nicht so diese tier illustration und diese bundles muster möchte ich ganz gerne auch noch mit reinbringen und dann vielleicht sogar in fertige artikel die man runterladen kann zum beispiel so was wie geburtstagskarten also dass man eine fertige geburtstagskarte hat die man dann als pdf zum beispiel runterladen kann zum ausdrucken das möchte ich auf jeden fall auch noch probieren eine wichtige sache die ich noch ansprechen wollte worauf mich nämlich einige angesprochen haben also ich weiß auch nicht wortfindung ist heute nicht meins aber ich hoffe ihr verzeiht mir das ist die sache es hat mir einige geschrieben dass sie die idee haben man könnte ja auch seine designs hier verkaufen das heißt seine t-shirt designs zum beispiel die sich einfach nicht verkauft haben ja also ich nehme jetzt einfach meine ganzen t-shirt designs die sie auf merch bei amazon über ein jahr lang schon online sind nicht verkauft haben und verkaufte jetzt quasi hier digital für andere damit diese hochladen können und ihr glück probieren können das ist erstmal eine nette idee allerdings möchte ich hier auf jeden fall darauf hinweisen dass ihr das eventuell gar nicht dürft je nachdem wie ihr die erstellt habt denn wenn ihr wir nehmen an die allermeisten werden mit wechsels illustrationen designen könnt ihr das nicht einfach als digitalen download anbieten bzw dürft ihr nicht könnt ihr natürlich alles aber ja das dürfen ist dann die andere frage denn es ist durchaus gestattet hier über etsy ein t-shirt sozusagen anzubieten was dann per drop shipping bedruckt wird mit eurem etsy wechselt so mit eurer wechsels grafik mit eurem wechsels design das könnt ihr auf ein physisches produkt drucken und hier über etsy verkaufen aber wenn ihr das digital als download anbietet dann gibt es da doch schon sehr starke einschränkungen sollte die wechsels grafik gar nicht verändert sein dürft ihr das schon mal überhaupt nicht und es wäre nur dann möglich wenn diese illustration von wechsels in der form abgewandelt wurde dass es nicht mehr erkennbar ist dass es eine wechsels grafik ist oder diese wechsels grafik so das ist natürlich ein bisschen schwammig formuliert in den guidelines von wechsels aber wenn man es genau betrachtet bedeutet das einfach ja das was es was ich gesagt habe ja also sie muss wirklich nicht mehr erkennbar sein das heißt es hilft auch nicht wenn ihr einfach zwei sachen von wechsels kombiniert und vielleicht die farbe ein bisschen abändert dann würde man ja trotzdem noch erkennen dass dieser wektor eindeutig von wechsels stammt von daher würde ich da enorm aufpassen und erst mal sagen es ist tatsächlich in dieser form nicht möglich es sei denn ihr habt einen eigenen illustrator erstellt über eure eigenen illustrationen eure t-shirt designs und verkauft diese dann hier als digitale download aber wenn ihr dafür irgendwelche die vektor plattform benutzt um die designs zu erstellen dann ist das eigentlich nicht erlaubt das wollte ich nur noch mal als hinweis mit dazugeben deswegen werde ich das hier auch nicht tun und ja das soll es gewesen sein für dieses update es war ein bisschen wir war heute alles ein bisschen hektisch aber ich hoffe es konnte trotzdem weiterhelfen war etwas etwas unterhaltsam und dann verabschiede ich mich bis zum nächsten video und sage rein gehauen